Bildung ist der Rohstoff der Wissensgesellschaft und deshalb ein globaler Megatrend. Der weltweite Bildungsmarkt hat ein Volumen von mehr als fünf Billionen US-Dollar und er wächst rasant. Mehr private Bildungsangebote, die größer werdenden Mittelschichten in den Wachstumsregionen und einfacher Zugang zu Online-Angeboten, all dies treibt die Nachfrage nach Bildung. Experten schätzen, dass die weltweiten Ausgaben für Bildung bis 2017 jedes Jahr um sieben Prozent zunehmen werden. Dieser Umbruch in der Bildungslandschaft ist eine Chance. Bertelsmann will mehr Menschen den Zugang zu Aus- und Weiterbildung ermöglichen. Das Unternehmen ist mit seinem Know-how ein idealer Partner für Bildungsinstitutionen, weil hier Inhalte, Kreativität und Dienstleistungskompetenz gefordert sind. Bertelsmann fokussiert seine Investitionen dabei auf drei wachstumsstarke Sektoren. In allen drei Feldern liegt der Schwerpunkt auf dem Gesundheitswesen. Allein in Amerika hat der Bildungsmarkt in den medizinischen Wissenschaften ein Volumen von 115 Milliarden Dollar. Hochschulen wie Alliant sind in den Medizin- und Humanwissenschaften tätig. Die Bertelsmann-Tochter Arist Education System zielt auf den Aufbau einer führenden Hochschulgruppe in diesen Bereichen. Wissen ist die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Darum investieren Unternehmen rund um den Globus für die Schulung ihrer Mitarbeiter im Jahr rund 150 Milliarden Dollar. Dabei zeigt sich ein klarer Trend. Immer mehr Schulungen werden online durchgeführt. Auch darum übernimmt Bertelsmann im Oktober 2014 Relias Learning, einen führenden US-amerikanischen E-Learning-Anbieter. Über 4000 Unternehmen und Organisationen sind Relias-Kunden. Vor allem für Schulungen in den Bereichen Healthcare und Compliance. Immer mehr Menschen wollen lernen. Deshalb steigt auch die Nachfrage nach Services im Umfeld von Bildungsanbietern. Experten schätzen, dass es allein in den USA ein ungenutztes Marktpotenzial von 26 Milliarden Dollar für Bildungsservices gibt. Darum investiert Bertelsmann in Unternehmen wie Synergis Education, einen erfolgreichen Hochschuldienstleister und andere mögliche Partner. Das Unternehmen unterstützt Universitäten unter anderem dabei, Lehrpläne in die digitale Welt zu überführen. Bertelsmann hat durch seine Akquisition in der Bildungsbranche Fuß gefasst. Die drei Säulen der Bildungsstrategie sind das Fundament für weiteres Wachstum. Mittelfristig soll ein Umsatzziel von einer Milliarde Euro erreicht werden. Dafür wird Bertelsmann weiter investieren. Gerade in den USA, aber auch in den Wachstumsregionen Brasilien, China und Indien. Das und der Ausbau der laufenden Bildungsaktivitäten sind die Zukunft der wachsenden Bertelsmann Education Group. Beim Ben campen die Bundesklimmerung aus.